so nimmst du jetzt mal endlich auf so das ist der dritte versuch der dritte versuch erster versuch aqualle zweiter versuch kamera angeschaltet wieder ausgeschaltet dritter versuch jetzt also klappe schon offen ich werde jetzt also diesen kanten schneider von stil den da auf dieses gerät hier draufsetzen ich bin echt gespannt also ich wollte das ding immer schon mal kaufen und nach diesem unfassbaren video kanten schneiden unfassbar aufrufe zahlen unfassbar dass das so ein thema ist einmal ist also hier die kreiseschere schon relativ laut das kann man ganz kurz demonstrieren relativ laut vor allem wenn man senkrecht relativ laut ok und deswegen habe ich gesagt komm jetzt nehmen wir mal diese kanten trimmer raus ziehen das war ja einfach hoffentlich ist alles drauf und einfach reinstecken ich hoffe dass er auf jeden fall deutlich leiser läuft der muss natürlich jetzt irgendwie richtig sitzen fcb kn fcb kn ist der fest der ist doch nicht fest also saß natürlich nicht richtig also ich habe jetzt hier nochmal nochmal richtig rein gesteckt einmal kurz laufen lassen jetzt werde ich hier vorne das ding hier festschrauben natürlich genau rechtwinklig also der ist tatsächlich nicht fest aus was für gründen auch immer so schön senkrecht so sieht gut aus werkzeug ich habe mich nicht festgeschraubt der darf doch nicht wegdrehen kann mit rechtlich schrauben zu schwach so jetzt checker huiuiuiui auch nicht ganz leise meine frau sagte ich mache mir jetzt einen schönen abend mach du mal ich habe keine lust zu filmen ja wie soll ich jetzt machen kamera zerstören so ich muss von links laufen dann mach das mal hier an der kante einmal ganz kurz einmal ganz kurz ist schon viel zu spät nachbarn drehen durch so so ich sehe nichts das ist ja hoch Ja er ist so hoch Oww wo 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 ne hier der muss nee also ich bin klein er muss naja kann ein bisschen tiefer stellen der ist ganz hoch jetzt ganz raus gedreht so aber schön leise ich hab da reingehackt aber nicht schlecht das war natürlich ganz toll hier aber so ein pfleg nicht schlecht jetzt natürlich auch ganz schön und schon dreckig ich hoffe das jetzt aufgenommen ist aber da so die ich könnte noch ein bisschen tiefer dann kann man da aufsetzen geht aber tief runter aber so kann ich quasi die höhe kontrollieren ei 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 da muss er mit üben ach du schande was heißt hier für gejaule ich habe hier alles kaputt gemacht viel zu dick das ist alles was soll denn das oh dicker stein ja was denn da drin nix ja und so wurde das bete immer größer und die fläche immer kleiner ei 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 da muss er mal ein bisschen üben so jetzt habe ich dreckige Finger na toll gut ja ja mit der Kreiseschere war ich das gewohnt und jetzt ist alles kaputt ja ein bisschen Übung interessant wäre natürlich jetzt hier in so einem Schlitz zwischen Betonkante und Rasenfläche also hier so ne da so links das traut mich ja jetzt gar nicht ich bin jetzt ganz mutig ich gehe jetzt mal diese Kante hier lang habe ich schon mal eben getestet es ist heftig oh ne 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 hei na gut wenn das mal ein Schlitz ist, ist es vielleicht besser aber das ist nicht ganz einfach da finde ich die kreiseschere schöner gut man kann ja hier für diese bereiche die kreiseschere verwenden sieht natürlich gut aus ich hau der immer gegen den beton gegen die kante ist unten wenn da ein bisschen was absplittert junge 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 na gut ich hab's noch nie gemacht ok so fix was sagt ihr jetzt zu dem teil was habt ihr für erfahrungen gemacht mit solchen geräten schreibt meine kommentare was ihr da so die beste lösung findet jetzt hier noch mal hier ein längs so als krönenden abschluss ich bin schon ein paar mal jetzt rausgekommen man muss doch gar nicht so schnell machen ja man kommt echt schnell raus und dieser graben muss tief sein schon wieder was abgefräst hier ja das ist natürlich nicht so gut übung macht den meister jetzt habe ich ein bisschen das blöde ich habe jetzt ein bisschen hochgestellt das war nicht gut ich mache ihn doch ziemlich ganz nach unten ganz schneller erster test hier von dem teil ich werde jetzt mal ein bisschen länger damit arbeiten und werde bestimmt noch mal berichten also was ich sehr schön finde ist hier ein richtig solides alu druckguss gehäuse also als schutz ja immer gespannt wie lange war schon ein bisschen abgerundet wie lange dieses messer hält es ist wieder mal eine übungssache selbstverständlich beton kante never never funken sprühen das wird richtig laut du machst dir den beton kaputt ne also da ist die kreiseschere tausendmal besser also für diese gräben das ist gut funktioniert nicht schlecht aber da ist die kreiseschere auch nicht schlecht und hier für die betonkanten ich weiß nicht ne das ist brutal da musst du dich so konzentrieren dass du nicht auf den beton haust ne ja tja ich wollte es euch mal zeigen ich hoffe ihr findet es cool danke fürs zuschauen tschüss